ein herzliches willkommen zu einer neuen folge von mein fernbus simulator und heute geht es von berlin nach potsdam und ich würde sagen bevor wir hier noch groß nass werden fangen wir an zu einzuladen machen wir erstmal die klappen auf beiden seiten beziehungsweise auf einer seite hier noch so dann gehen wir schnell in den bus sind nämlich noch die den zielanzeige einschalten normalerweise okay dann versuchen wir es mal ah es geht ja potsdam stimmt potsdam stimmt da müssen wir eben eins machen potsdam dann diese gute dame hier potsdam jawohl potsdam potsdam ja nein sorry ich möchte auch nach potsdam äh wo haben wir es da dann diese gute dame mein gott zusammen gewittert potsdam ich benötige noch ah diese frau potsdam aber natürlich so haben wir sie dann alle ja bis auf den guten herrn der hat jetzt falsche ticket dann machen wir schnell wieder zu ach ach na komm so dann hinein so dann hinein wo wir uns auf den erkältung holen hier so machen als erstes mal mein gott wlan ein die türen zu nein ähm warte mal wo starten i so vordertür f9 noch was anders wieso schließt du denn jetzt die tür nicht ach ey das ist doch scheiße warum reagieren die tasten nicht jetzt so zielgabe freigabe wlan ein das machen wir das machen wir das machen wir das machen wir äh so ich glaube dann sind wir abfahrbereit auf geht's Richtung potsdam fh 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 Mein Gott, das ist heute ein schlechtes Wetter. Mein Gott, das ist heute ein schlechtes Wetter. Mein Gott, das ist heute ein schlechtes Wetter. Ich habe heute eine andere Lackierung genommen, meinfernbus.de. Mein Gott, das ist heute ein schlechtes Wetter. So, wir dürfen. So, das ist heute ein schlechtes Wetter. Tag, mitten in Berlin, da ist ja immer so voll. Wir dürfen. So, das ist heute ein schlechtes Wetter. Dann hoffe ich doch mal, dass ich diesmal ohne irgendwelche Unfälle oder Kontrollen oder Blitzen bis nach Potsdam komme. So, und zack sind wir auf der Autobahn. So, das war schon rechts ab hier. So, das ist heute ein schlechtes Wetter. So, das ist heute ein schlechtes Wetter. So, das ist heute ein schlechtes Wetter. zack ist zu streust. So. Waaah. So, fangen wir mal ein bisschen mit Tempomat hier. Natürlich ist es nur noch 50. Ach, ich stehe schon wieder falsch. Mann. So, lässt mich einer durch hier? Natürlich nicht. Logisch. Warum auch? Ich muss es halt so machen. Ich muss es halt so machen. So, 6 Kilometer noch. So, jetzt links. Wo sehe ich hier die Ampel? Was ist denn hier für ein Stau eigentlich? Meine Güte. Potsdam ist genauso schlimm wie Berlin. Nur Stau in der Stadt. Typisch Großstadt. So. 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 Mein Gott, was ein Wetter. So. 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 Nächste wieder links. Bisschen blöd gemacht, dass man vom Fahrersitz die Ampel nicht sieht. Also das finde ich echt blöd. Weil ihr seht, dass man einfach gar nichts sieht. Das ist echt doof. So. So. Das war aber Rotkollege. So, dann sind wir auch gleich da. So, dann machen wir den Motor aus. Setze den Gang in neutrale Position mit Y. Habe ich doch. Achso, gedrückt halten. Habe ich doch jetzt. Halte Y rund um im Kreuzmenü den neutralen Gang einzulegen. Welches Kreuzmenü? Achso. Oh, ah. Ah! Nicht verfügbar in diesem Modus. Ja, wieso soll ich das dann machen? Ach, egal. Komm. Äh... Moment, die... So, neue Errungenschaften. Das sind also die Nachbarn. Dann machen wir erstmal die Türen los hier, würde ich sagen, oder? So... So... Da haben wir es doch beendet. Wunderbar, das war's. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so langsam komme ich mit den Funktionen soweit klar. Ähm... Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ähm... Ihr hört mich dann im... Nächsten Video wieder. Und äh... Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss. Euer, der Danny. Spielt das. Ciao. Servus. Und tschüss. Tschüss. Tusk... J nossos…